Nicht hingucken, das Pamela Anderson. Nee, das ist sie nicht. Oh doch, das ist sie. Ich spreche sie an. Nein, ich. Oh oh, die Pan-Pizza. Pan-Pizza von Pizza Hut in der Pfanne gebacken für den unwiderstehlich krossen Biss. Hi Pam, auch wieder hier. Klar, weil irgendwie versucht mich hier niemand anzumachen. Pan-Pizza, die ist es.